Herzlich Willkommen zu diesem Video-Podcast. Ich möchte dir heute zeigen, was man mit einer sogenannten virtuellen Maschine machen kann. Was ist eine virtuelle Maschine? Eine virtuelle Maschine haben wir hier zum Beispiel. Sie stammt von der Firma Oracle und hat hier den Namen Virtual Box Manager. Und diese Virtual Box ermöglicht es einem, also in übersetzt künstlicher Box, ermöglicht es einem, in einer künstlichen Box, haben wir hier dieses Fenster, ein anderes Betriebssystem laufen zu lassen. Ich habe also hier als Gastgeber bei mir in dem Fall Windows 7 und habe jetzt hier mir mit Hilfe dieser Software einen Gast eingeladen. Und dieser Gast ist in dem Fall ein anderes Betriebssystem, in diesem Fall hier Ubuntu 11.04. Ich könnte aber auch genauso gut natürlich hier als Gastgeber zum Beispiel auch Ubuntu haben, mein eigenes Betriebssystem, und lade mich hier dann als Gast Windows 7 ein oder Windows XP. Das heißt, ich kann mit einem Betriebssystem erschaffen, gleichzeitig mehr, in mehreren Fenstern eben dann, mehr Betriebssysteme laufen zu haben. Und das ermöglicht mir zum Beispiel, ganz gefahrlos, ohne dass ich meinen Rechner endgültig da belaste, dass ich mir einfach ein Betriebssystem ausprobieren kann, ohne Probleme für mein bestehendes Betriebssystem. Ich möchte dir jetzt zeigen, wie man diese Virtual Box installieren kann. Und ich habe hier noch einen Spezialfall. Ich habe hier Virtual Box Portable. Das heißt, ich kann mir hier ein Betriebssystem installieren und dann auf dem USB-Stick zum Beispiel mitnehmen und dann den USB-Stick in einem anderen Rechner einstecken, diese Virtual Box Portable dann starten und dann in dieser Virtual Box eben dann ein anderes Betriebssystem starten. Also ich kann zum Beispiel XP auf einem Windows 7 Rechner laufen lassen oder eben auch Ubuntu laufen lassen. Ubuntu ist ja mein Linux-Betriebssystem. Ich mache das jetzt hier mal, ich fahre jetzt hier mal dieses eine Betriebssystem zum Beispiel runter. Das wäre in dem Fall hier jetzt Ubuntu. Man sieht, es wird hier dieses Betriebssystem ausgeschaltet. Es bleibt nur noch dieses eine Fenster hier, die sogenannte Virtual Box von der Firma Oracle. Ich beende das jetzt hier und fange jetzt hier gleich an im Internet beim Wikipedia-Eintrag der Virtual Box. Hierfür würdest du noch mehr Informationen dazu finden. Aber zu viel Informationen möchte ich dich jetzt da gar nicht verwirren oder belasten. Dann geht es hier zu der Seite www.vbox.me. Von dieser Seite kann man sich eine Software runterladen. Das ist die sogenannte Portable Virtual Box. Und die ermöglicht es dann im Zusammenhang mit einer anderen Software, mit der Virtual Box. Hier haben wir wiederum die Webseite www.vvirtualbox.org. Dass diese beiden Software, also die Portable Virtual Box und die eigentliche Virtual Box, immer will ich es dann, dass man eben dann ein anderes Betriebssystem starten kann. Ja, und wo kann man das herunterladen? Hier kann man, wenn man direkt die Adresse eingibt, das gleich von der Startseite mal herunterladen. In dem Fall bei mir für Windows lade ich mir herunter in meinen Ordner. Und dann hier bei Virtual Box von der Firma Oracle, hier sieht man das hier eingeblendet, geht man auf Download und sucht sich dann den Gastgeber praktisch aus. In dem Fall ist es bei mir ein Windows-Rechner und ich kann dann hier draufklicken und kann dann ebenfalls die Datei herunterladen. Und dann gibt es weiterum noch die Möglichkeit, dann hier so genannte Extension Pack herunterzuladen. Das würde ich dir jetzt empfehlen, auch herunterzuladen. Wie man damit umgeht und wie das Installieren vor sich geht, möchte ich dir jetzt an und für sich gleich zeigen. Ich habe das jetzt heruntergeladen und habe dann hier in diesem Ordner dann diese drei Software-Dateien. Das ist hier die Portable Virtual Box. Da ist dieses Erweiterungspaket von Oracle, dieses Extension Pack und die eigentliche Virtual Box. Im nächsten Schritt möchte ich dann zeigen, wie man da etwas installieren kann.